Lange sah es heute nach dem ruhigen Handelstag aus. Guten Abend. Doch dann kam die amerikanische Industrie und zeigte, dass sie weiterhin ganz schön gebremst ist. Und dann bremste auch der Markt. Und zwar heftig. Das war schon fast eine Notbremsung heute. Wir werden es dann gleich im Chart sehen. Der US-ISM-Einkaufsmanager-Index fürs Verarbeiten. Die Gewerbe ist im September noch ein Stückchen weiter gefallen als schon im August, nämlich auf 47,8 Punkte. Das war doch eine ziemlich herbe Enttäuschung für die Marktteilnehmer. Das war das zweite Mal in Folge, dass der Einkaufsmanager-Index unter dem Expansionswert 50 liegt. Das bedeutet also, die US-Wirtschaft wächst aktuell auch nicht mehr. Deutschland sah es richtig belämmert aus. 41,7 Punkte. Allerdings ein bisschen besser als noch die erste Lesung. In Deutschland und der Eurozone haben wir ja immer schon eine Vorabschätzung. Und dann kommt eben am 1. des neuen Monats die endgültige Lesung auch in der Eurozone leicht nach oben. Aber wenn wir mal ganz hinten gucken, das sind die Zahlen vom Vormonat, dann müssen wir eben feststellen, dass auch in Deutschland und der Eurozone das verarbeitende Gewerbe noch mehr schwächelt als noch im Vormonat. Das ist alles nicht so richtig gut. Was man vielleicht nochmal zu den USA sagen sollte, ist, dass die Einzelkomponenten ausweisen, dass vor allem auch die Beschäftigung auf dem Rückzug ist. Das könnte also sehr interessant werden. Also wenn Donald Trump nichts einfällt, dann könnte es durchaus sein, dass seine Wiederwahl doch unter gar keinem so guten Stern steht, wie das bisher aussehen. Bis jetzt war es ja so, dass die US-Wirtschaft extrem brummte. Und deswegen eigentlich die Amerikaner gesagt haben, was wollt ihr eigentlich? Der Trump macht es doch gut und wir haben alle Jobs und na klar wählen wir ihn wieder. Sollte sich das, was hier im Einkaufsmanagerindex zurzeit zu sehen ist, sollte sich das mehr verfestigen, dann könnte es durchaus sein, dass die USA auch in eine Rezession schlittern könnten. Das käme dann wahrscheinlich für Donald Trump zum falschen Zeitpunkt. In der Eurozone heute auch der Verbraucherpreisindex. Nach dem, was wir gestern gesehen haben, war da nicht zu erwarten, dass es da eine große Überraschung gibt. Die Kernrate 1,0 Prozent. Weiterhin im Vergleich zum Vorjahr, das ist nicht viel und wird die EZB auf jeden Fall mal nicht die Geldpolitik straffen lassen. Da wird die EZB weiterhin sehr genau hinschauen, ob eventuell sogar noch mehr möglich ist. Mario Draghi hat zumindest mal in dieser Woche erneut bekräftigt, dass die EZB voll handlungsfähig ist. Schauen wir mal. In Japan Herstellungsindex über den Erwartungen, auch der Dienstleistungsindex war über den Erwartungen allerdings schwächer als im letzten Quartal. Insgesamt auch hier keine guten Zahlen. Immerhin waren die Arbeitsmarktdaten in Japan ziemlich gut. In USA gibt es übrigens auch Arbeitsmarktdaten im September. Am Freitag kann man schon mal mit großer Spannung hinschauen. In der Schweiz gab es die Einzelhandelsumsätze, die im Vergleich zum Vorjahr jetzt gesunken sind. Das ist nicht gut und der Einkaufsmanagerindex war auch alles andere als gut. Trotzdem wurde der Schweizer Franken heute Nachmittag dann gesucht. Klar, sicherer Hafen werden wir dann auch sehen. Das BIP aus Kanada stagnierte im Juli. Das spricht jetzt auch nicht dafür, dass wir gerade Hochkonjunktur weltweit sehen und in Australien gab es eine Zinssenkung. Das war so erwartet worden, aber die Notenbank hat, die Reservebank of Australia hat wohl keinen Zweifel daran gelassen, dass auch weitere Maßnahmen folgen könnten. Auf alle Fälle ist der australische Dollar auch deutlich gesunken. Wir fangen natürlich mit dem DAX an. Der hat heute früh noch mal kurz bei der 12.490 angeklopft und dann ging es aber eben ab 16 Uhr mit einem Riesenhieb hinunter. Erst unter die 12.400, inzwischen auch unter die 12.275. Da ist noch so ein bisschen gewölkt, aber ein Test der 12.150 muss wohl ins Auge gefasst werden. Darunter wäre dann die 11.985, also knapp 12.000 das nächste Ziel. Und ich meine, wenn man das mal sieht, wir sind hier ja in einem Zug von Ende August bis Mitte September Richtung 12.490 gezogen, hatten dann schon mal eine kleine Korrektur, die an der 12.150 eben aufgehalten wurde. Und brechen wir diesmal also unter diese 12.150 und würden das nachhaltig gestalten. Dann bin ich mir nicht sicher, ob die 11.985 hält. Dann könnte es hier durchaus einen stärkeren Abverkauf geben. Wir schauen uns das auch mal im 4-Stunden-Chart an. Da sieht man das auch sehr schön. Wir haben jetzt oben einen Dreifach-Top hier an der 12.490. Das ist mal hier heute also zum dritten Mal nicht drüber gekommen. Und dann ging sie ab, die Marie. Die 11.845 dürfte noch mal ein sehr wichtiger Support sein. Und dann könnte es schon bis 11.470 gehen. Ja, also schauen wir ganz einfach mal. Also wenn die 11.845 nicht hält, dann wird es in diesem Jahr wohl auch nichts mit Jahresendrallye, könnte ich mir vorstellen. Denn dann könnte es hier doch zu einer großen Umkehr kommen. Und dann könnten wir noch viel tiefere Kurse vielleicht sehen. Vieles wird davon auch ein bisschen abhängen, was in der nächsten Woche bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China herauskommt. Viele erwarten da nicht allzu viel. Das könnte wiederum ganz gut sein, weil dann die Märkte nicht ganz so unvorbereitet auf eine Enttäuschung hinlaufen und die Enttäuschung dann ein bisschen kleiner wäre. Aber insgesamt, denke ich mal, gibt es schon noch eine gewisse Hoffnung. Und ob die erfüllt wird, das steht aktuell ziemlich in den Sternen. Der S&P 500 dann auch letztendlich. Der hat auch ja hier eine wichtige Marke. Die haben wir gestern auch thematisiert. 2.991 und dann noch mal 3.000. Also wir sind über die 2.991 nicht drüber gekommen. Und dann ging es ab mit der Marie. 2.940 ist ein sehr wichtiger Support. Das sehen wir auch noch mal im 4-Stunden-Chart. Denn dort hatten wir sehr viel Reaktionspotenzial. Da haben wir sehr lange gebraucht, bis wir da mal drüber gekommen sind. Dann wieder Richtung fast Allzeithoch. Wenn wir da also wieder zurückfallen, dann wäre der schöne Aufwand, den die Bullen hier betrieben haben, fast bis zum Allzeithoch zu kommen passé. Und wir müssten uns dann doch wieder auch auf tiefere Kurse einstellen. 2.890 bis 2.880. Bei 2.880, da haben wir dann doch eine ziemlich interessante Wolkenlinie. Das dürfte so das erste Ziel sein. Aber es ist dann auch nicht ausgeschlossen, dass man bis 2.816 zurückfallen könnte. Der Dow Jones ist schon noch fortgeschrittener. Der hat nämlich die 26.670 natürlich schon erreicht. Ja, es gibt hier einen Unterstützungsbereich, so bis 26.555 brechen wir da durch. Dann könnte es hier durchaus Richtung 25.650 bis 25.240 gehen. Dazwischen gibt es sicherlich noch mal einen Support bei 26.100 knapp. Ja, auch schön zu sehen. Volatilität zog dann eben heute Nachmittag deutlich an. Die Volatilität auf den S&P 500, der WIX, der hielt sich also weiterhin über der 15.6. Ist jetzt immer noch nicht so extrem. Also ich sage mal, wenn wir hier über die 20.8 kämen, dann würde ich meinen, dass die Panik am Markt so richtig explodiert. Das ist noch nicht zu sehen. Noch ist alles moderat. Aber auf alle Fälle hat man schon mal gesehen, das war heute doch ein Schreckmoment für den Markt. Und das hat dann doch einiges drehen lassen. Auch das Gold zum Beispiel, dass er auf immer tiefere Kurse gefallen ist, kam dann heute wieder nach oben. Noch hält die Wolke und die 1.487. Da sind die Bullen noch nicht drüber. Kämen sie drüber. Könnte Gold hier sogar eine richtige Renaissance erleben. Das gilt dann eben auch für die sicheren Häfen. US-Dollar, japanischer Yen, heute an der 1.487 wieder klassisch gescheitert. Gleich zweimal, damit es besser hält. Und dann ging es nach unten. Wir sind ein bisschen unter die Wolke gefallen. Und damit wären dann eben doch die Bereiche 1.47 bis 1.077 interessant als nächstes. Sieht alles ziemlich bärig aus. Es hat heute doch eine ziemlich heftige und geradlinige Umkehr gegeben. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob das nur mal von kurzer Dauer ist. Auch der Schweizer Franken hat dann völlig wahnsinnig zugelegt. Wir sind heute über die Parität gelaufen im US-Dollar, Schweizer Franken erst mal. Und dann kamen die schwachen Daten und dann ging es wieder andersrum. Inzwischen sind wir an der 0.9940. Da brechen wir jetzt auch die Wolke und dann könnte es einen Wiedersehen mit der 0.9840 durchaus geben. Dann haben wir Euro-Schweizer Franken. Da sehen wir, der Euro hat nicht so viel gegenüber dem Schweizer Franken verloren. Vor allem deswegen, weil der Euro heute Vormittag interessanterweise zugelegt hat. Bis zur 1.0920. Wieder die spannende Frage. Wer hat denn da vielleicht nachgeholfen? Auf alle Fälle konnte dann die Schweizer Nationalbank nicht verhindern, dass der Schweizer Franken die Gewinne wieder abgegeben, die Verluste wieder abgegeben, wieder kompensiert hat und sogar noch was draufgelegen hat. Also der Euro hat die Gewinne abgegeben und noch Verluste draufgepackt. Ja, wichtig für den Bereich hier 1.0830 bis 1.0810. Mal gucken, ob die Schweizer Nationalbank dann sich da dagegen stemmt, wenn es dann noch tiefer geht. Könnte durchaus sein. Also wie gesagt, also wenn die Stimmung an den Märkten jetzt wirklich kippt und die Marktteilnehmer doch deutlich pessimistischer werden, dann könnte auch der Schweizer Franken noch stärker werden. Euro-US-Dollar sehen wir. Also der Euro dann irgendwie die 1.0885 von gestern das Tief nicht ganz gehalten hat. Wir sind dann noch auf 1.0880 gefallen, haben wir nochmal ein neues Tief markiert. Aber dann kamen die schwachen Daten aus den USA und dann sind wir eben hier auch wieder über die 1.09 deutlich drüber gekommen. Sind sogar knapp über der Wolke. Das ist noch nicht nachhaltig, aber könnte es durchaus werden. Ichimoku durchaus bullig inzwischen. Also ein Test der 1.0965 könnte hier durchaus stattfinden. Später dann vielleicht sogar ein Sprung zurück über die 1.10. Auch hier könnte es durchaus eine Umkehr geben. Euro-britisches Fund. Auch hier hat der Euro dann heute Nachmittag deutlich zugelegt, ist über die 0.89 gestiegen. Ob das mal jetzt geht. Das hat allerdings auch eben damit zu tun, dass auch heute wieder die Marktteilnehmer sich sehr skeptisch geäußert haben über das, was Boris Johnson und der Brexit machen. Es ist nach wie vor auch nicht so richtig klar, wie das wie das ganze Thema da gelöst werden soll in Großbritannien. Von groß und wir sind über die 0.89 gestiegen. Wichtigster Widerstand hier dann bei 90 Pence auf alle Fälle mal zu sehen. Cable hat dann entsprechend auch abgegeben. Hatte sich ja versucht nochmal hier um die 1.23 irgendwie zu stabilisieren. Aber ist dann heute eben auch zurückgefallen. Die amerikanischen Daten haben dann immerhin verhindert, dass man auch gleich noch durch die 1.22.15 durchgereicht worden ist. Der australische Dollar, da ist das, wie gesagt, als die Daten kamen, hat das hier der 4-Stunden-Chart, hat er außerdem mal kurz nach oben reagiert. Weil, wie gesagt, es war ja eigentlich erwartet worden, die Zinssenkung. Aber das Statement war dann doch so, dass man weitergefallen ist und dann sogar mal kurz unter das Jahrestief gefallen ist bei 0.66.78. Das sehen wir dann sehr schön im Monatschart. Da haben wir heute im Prinzip, wenn man so will, ein neues Elf-Jahrestief gebildet. Und wir dürfen jetzt Wetten annehmen, ob wir denn die 60-Cent-Marke sehen. Der Ichimoku, naja, der orangefarbene Kijun zeigt zur Seite, das könnte dafür sprechen, dass vorher es dann doch nochmal ein bisschen überverkauft wird und das nicht in einem Zug. Zu schaffen ist, wäre ja auch noch ein ganz schönes Stück. Das wären nochmal 700 Pips. Das ist ja kein Pappenstiel. US-Dollar, kanadischer Dollar, da ging es heute erst nach oben. Dann kamen auch noch schwache kanadische BIP-Zahlen. Ja, da konnte man eigentlich schon damit rechnen, dass wir hier irgendwo die 1.3315 mal besuchen. Und dann kamen aber die US-Daten und dann ging es wieder nach unten. 1.3230. Hier ein wichtiger Support bricht der. Ja, dann könnte es hier durchaus Richtung 1.3125 wieder gehen. Dann könnte der Luni hier tatsächlich zu Stärke auflaufen. Schauen wir mal. WTI Crude Oil. Die OPEC hat heute gemeldet, dass sie im September täglich 1,6 Millionen Barrel Rohöl weniger produziert hat als im Monat davor. Das kam dann bei den Märkten so an, dass es so eine leichte Erholung gegeben hat. Und dann kamen die US-Daten und dann stand fest, das macht nichts, dass die so wenig produzieren. Wir brauchen eh kein Öl für die Wirtschaft. 52,95, ein sehr wichtiger Support, sieht man vor allem sehr schön im 4-Stunden-Chart. Bricht der, könnte es auf 50,55 Dollar zurückgehen. Das Chartbild hier auch sehr, sehr bärig. Was gab es ansonsten heute noch? Schwellenlandwährungen waren heute unter Druck. Zum Beispiel hier Euro, türkische Lira plus 1,8 Prozent. Und die türkische Lira war nicht die einzige. Auch der südafrikanische Rand wurde ordentlich abverkauft. Hier im US-Dollar südafrikanischen Rand zu sehen. Hier sind wir nun wieder fast an der 15,50, nachdem es ja in der ersten Hälfte des September eine ziemliche Korrektur gegeben hat. Die ist inzwischen fast wieder zurückgekauft worden. Und Bitcoins haben sich auch ein bisschen stabilisiert. Da könnte man sagen, dass da bei 7.750 ein Support sich jetzt findet mit einem Doppelboden. Jetzt müsste allerdings, müssten Bitcoins noch die Initialzündung kriegen und mal wenigstens an die 9.475 ranlaufen. Das ist noch nicht so passiert. Würde das passieren, kämen wir da drüber. Dann wären die Bullen erst einmal wieder in der Vorhand. Naturgas hat auch ordentlich abgegeben. Wieder da ist auch letztendlich die schöne Rallye von Ende August an. Die ist komplett auch schon wieder fast abverkauft. Heute hat nochmal die 2,25 gehalten. Nächster Stop wäre dann 2,12. Blick auf morgen. Habe ich jetzt hier überall Mittwoch geschrieben. Das ist schön. Also morgen ist tatsächlich Mittwoch. Am 3. Oktober ist Donnerstag und am 4. Oktober Freitag. Naja, schauen wir erstmal auf den morgigen Tag. Da ist wieder in China Feiertag, wie die ganze Woche. Und ja, der EDP Arbeitsmarktbericht aus den USA, der könnte schon mal ziemlich spannend werden. Das soll es für heute gewesen sein. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis morgen und schönen Abend.